Liebe Tennisfreunde, letztens und letztens habe ich euch heute schon die Spieler vorgestellt aus unserem Davis Cup Team. Kein Davis Cup Team existiert aber auch ohne den Betreuerstab. Davon gibt es einige auch bei uns. Wir haben zwei Physiotherapeuten mit Jan Feldhus und Fredy Siemes. Die machen täglich beinharte Arbeit, kneten unsere Burschen durch und machen sie fit immer für das nächste Training oder für den nächsten Spieltag. Dann haben wir den Edi Lanz, das ist unser Arzt, der im Prinzip alle für gesundheitliche Dinge zur Verfügung steht. Auch ein wichtiger Mann in unserem Team. Dann den Erwin Enzinger, der ist für das Material zuständig. Ihr habt ihn auch schon kennengelernt im Video. Der täglich mehrere Schläger zu bespannen hat, auch teilweise bis tief in die Nacht hinein. Ein Team funktioniert nur, wenn wir einen tollen, perfekten Betreuerstab haben und den haben wir auch definitiv. Nebenbei haben wir noch den Jokke Nistrum als Distanzcoach. Das ist eigentlich meine rechte Hand, mit dem ich am meisten kommuniziere, am meisten zu tun habe. Mit ihm bespreche ich die Trainingseinheiten, die Matchvorbereitung und alles in allem bin ich sehr happy über unser Team. Apropos happy, ich wäre auch total glücklich, wenn ihr in die Halle kommt. Wir sehen uns am Wochenende. Ciao!